Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Kürzlich hat jemand auf YouTube einen Kommentar hinterlassen unter einem Video, das ich gegen die Zeugen Jehovas gemacht habe, in dem ich die Gottheit Jesu bewiesen habe. Und er hat Folgendes geschrieben. Laut Alten Testament gibt es nur einen Gott. Demnach solltet ihr endlich aufwachen und nicht mehr das glauben, was die im alten Rom entstehen lassen haben. Und es ist im Kontext sehr eindeutig, dass derjenige ganz einfach die Gottheit Jesu ablehnt und natürlich auch somit die Trinität ablehnt. Er sagt in der ersten Zeile, laut Alten Testament gibt es nur einen Gott. Mit anderen Worten, er unterstellt uns indirekt, dass wir an mehrere Götter glauben würden, weil wir glauben, dass Jesus Christus Gott ist. Nun, das ist witzig, denn die Bibel lehrt, dass Jesus Christus Gott ist und die Bibel lehrt, dass es nur einen Gott gibt. Trinität, das ist die Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Teil der Geist. Und die Bibel sagt, dass diese drei eins sind. Ein Gott, das ist, was die Bibel nicht nur im Alten Testament lehrt, sondern auch im Neuen Testament. Ein Gott, drei Personen. Und er schreibt weiter, demnach solltet ihr endlich aufwachen und nicht mehr das glauben, was die im alten Rom entstehen lassen haben. Und das ist ein ganz typischer Vorwurf, der immer wieder aufkommt, dass die Dreieinigkeit, die Trinität, eine Erfindung der katholischen Kirche war. Das ist, was uns gerne als tatsächlich gläubigen, wiedergeborenen Christen vorgeworfen wird, dass wir an eine Erfindung der katholischen Kirche glauben würden. Aber der witzende Sache ist, dass die katholische Kirche natürlich auch an ein paar richtige Lehren glaubt. Nur weil die katholische Kirche oder irgendeine andere Sekte an etwas glaubt, heißt es noch lange nicht, dass es falsch ist. Sondern wir müssen die Lehre anhand der Bibel prüfen. Und rate mal was, die Dreieinigkeit ist eine biblische Lehre. Und wenn du die Dreieinigkeit ablehnst, dann lehnst du den Gott der Bibel ab. Dann bist du nicht gerettet. Es ist eine verderbliche Irrlehre. Und in diesem Video werde ich davor warnen und vor allem dir ein paar Verse aus dem Alten Testament zeigen. Denn er schreibt ja, laut Alten Testament gibt es nur einen Gott. Nun, erstens, laut dem Neuen Testament ist natürlich auch nur ein Gott. Die Bibel lehrt, dass Gott drei Personen ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. 1. Johannes 5, Vers 7 ist eindeutig, denn es sind drei, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und der Kommentator sollte wissen, laut Johannes Kapitel 1, dass das Wort natürlich Jesus Christus ist, der Sohn Gottes. Und die Bibel sagt eindeutig in 1. Johannes 5, Vers 7, dass diese drei eins sind. Ja, ein Gott, drei Personen. Derjenige glaubt das natürlich nicht. Aber hier ist das Ding, wenn du einen Vers, so einen eindeutigen Vers kannst du einfach ablehnst, nun offensichtlich glaubst du nicht an die Bibel und dann bist du ganz einfach nicht gerettet. Aber lass mich dir ein paar Verse im Alten Testament zeigen, die die Trinität belegen. Dass Gott drei Personen ist. Ein Gott, drei Personen. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 26. Es ist so schön, dass man einfach nur das erste Kapitel der Bibel aufschlagen muss und schon findet man die Trinität. Da ist es in 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Die Bibel ist eindeutig, dass Gott dreieinig ist. Ein Gott, drei Personen, Vater, Sohn und teiliger Geist. Und das sehen wir schon hier in 1. Mose Kapitel 1, Vers 26, weil Gott nämlich sagt, lasst uns Menschen machen. Und diese Irrlehrer, die die Trinität ablehnen, die können diesen Vers nicht erklären. Natürlich haben sie ihre Erklärungen, in Anführungszeichen, die aber allesamt Irrlehrer sind. Wenn du nicht glaubst, dass es hier um die Trinität geht, in 1. Mose Kapitel 1, Vers 26, dann glaubst du an irgendeine komische Irrlehrer. Wie zum Beispiel, dass das Engel seien. Das ist, was sie gerne behaupten. Das sei ein Engel, zu dem Gott gesprochen hat. Denn sie wollen ganz einfach nicht an die biblische Trinität glauben. Sie wollen nicht an den Herrn glauben. Sie glauben nicht an den Herrn. Sie glauben an ihren Gott, den sie in ihrer Fantasie gemacht haben. Die Bibel lehrt die Dreieinigkeit. Und es ist eindeutig, dass es hier um die Dreieinigkeit geht. Denn die Bibel sagt in 1. Mose Kapitel 3, Vers 9, dass Gott alles durch Jesus Christus geschaffen hat. Also Gott hat nicht irgendwie Engel mit einbezogen in den Schöpfungsprozess. Das, was sie gerne behaupten würden, dass Gott zu Engeln geredet habe. Aber die Bibel sagt im Neuen Testament eindeutige Aussage, dass Gott alles durch Jesus Christus geschaffen hat. Alles durch Jesus Christus. Nicht irgendwelche Engel oder sonst irgendwelche Wesen, sondern durch Jesus Christus. Und wenn Gott alles durch Jesus Christus geschaffen hat, dann heißt das, dass Jesus Christus nicht geschaffen ist. Wenn Jesus Christus nicht geschaffen ist, dann ist er Gott. Denn nur Gott ist nicht geschaffen. Gott ist der Schöpfer. Und er hat alles, der Vater hat alles durch Jesus Christus geschaffen. Jesus Christus ist der Schöpfer. Und wir lernen aus diesem Vers auch, dass Jesus Christus natürlich von Ewigkeit her war. Jesus Christus ist Gott. Und Jesus Christus ist eine Person der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Lasst uns Menschen machen einen eindeutigen Hinweis auf die Trinität. Und es gibt keine andere Erklärung dafür. Jede andere Erklärung dafür ist falsch. Lässt sich nicht mit der Bibel belegen und ruht einfach nur von Irrlehre her, weil Leute die Bibel ablehnen. Die eindeutigen Lehren der Bibel. Ein weiterer Vers ist in 1. Mose Kapitel 11. Also siehst du schon, wir müssen nur 1. Mose aufschlagen. Das erste Buch der Bibel findet schon einige Hinweise auf die Trinität. Eindeutige Hinweise. Natürlich damals die Menschen im Alten Testament, sie haben nicht alles so verstanden, wie wir das verstehen können im Neuen Testament. Wir haben eben eindeutige Lehraussagen aus den Briefen im Neuen Testament. Die Menschen im Alten Testament haben noch nicht den Namen Jesus gekannt. Aber auch schon im Alten Testament finden wir eine Person, der Dreieinigkeit beim Namen genannt und zwar den Heiligen Geist. Wir finden in einem Psalm die Aussage, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Da haben wir eine Person der Trinität beim Namen genannt im Alten Testament. Aber davon abgesehen, 1. Mose Kapitel 11 in Vers 7, da heißt es, wohl an, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Lasst uns hinabsteigen. Wieder eindeutiger Hinweis auf die Trinität. Der eindeutigste Vers ist natürlich 1. Mose Kapitel 1, Vers 26. Aber lass mich dir eine weitere Stelle zeigen. Es heißt in 1. Mose Kapitel 18, Vers 1 bis 2, und der Herr erschien ihm bei den Terebinden Mamris, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. 2. Vers, und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilt er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und so weiter. Also wir lesen in Vers 1, dass der Herr, der Herr erschien, Singular. Und wie ist der Herr erschienen? Vers 2, und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Also drei Männer, die erschienen sind, aber die Bibel sagt gleichzeitig, dass der Herr, Singular, ihm erschienen ist. Warum wohl? Die Trinität, die Dreieinigkeit. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Es ist ein Gott, drei Personen. Ein Herr, drei Männer erscheinen. Was für eine tolle Aussage hier im Alten Testament. Was für eine eindeutige Aussage über die Trinität. Der Herr erscheint Singular. Was sieht Abraham? Drei Personen, weil es nämlich drei verschiedene Personen sind. Dann gibt es nämlich die Leute, die sagen, ja, ich glaube an die Trinität, aber sie lehren dann im Grunde genommen, dass Jesus der Vater ist, dass der Heilige Geist Jesus ist, dass sie alle eine Person sind. Und das ist eine furchtbare Gotteslästerung. Das ist einfach nur widerwärtig. Sie sagen im Grunde genommen damit, dass der Vater sich selbst gesandt hat und dass Jesus zu sich selbst gebetet hat. Aber die Bibel lehrt, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Ja, eine Person sendet eine andere Person. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus zum Vater gebetet hat. Er hat nicht zu sich selbst gebetet. Dann heißt es hier weiter in 1. Mose, Kapitel 18, Vers 8. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Den drei Männern. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm. Wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er. Jetzt wechselt es von Plural wieder zu Singular. Da sprach er. Gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen. Und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horcht am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Dann heißt es in Vers 13, da sprach der Herr zu Abraham. Warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Und so weiter. Wir sehen hier also in dem Gespräch, dass es wechselt von Plural zu Singular zu Plural. Warum? Diese Verse lehren die Dreieinigkeit. Ein Gott in drei Personen. Denn es sind drei, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Lieber Kommentator, ja, wir glauben natürlich an einen Gott und ansonsten keinen Gott. Es gibt nur einen Gott. Nicht nur im Alten Testament wird das gelehrt, sondern auch im Neuen Testament. Und wir sehen hier eindeutig in diesen Versen, dass von dem Herrn die Rede ist, aber gleichzeitig von drei Personen, von drei Männern. Denn die Lehre der Dreieinigkeit ist biblisch und kommt nicht aus dem Alten Rom. Und wenn du glaubst, dass das aus dem Alten Rom umkommt und einfach diese Lehre ablehnen willst weiterhin, nun dann viel Spaß in der Hölle. Denn du glaubst nicht an den Herrn. Du bist nicht gerettet. Und wenn du, lieber Zuschauer, nicht an die Dreieinigkeit glaubst, dann glaubst du an einen anderen Gott. Dann glaubst du an einen Pseudogott, den du dir ausgedacht hast mit einer völlig anderen Natur.